Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, wobei dieses Video eigentlich eher ein Podcast ist, wenn man das so sagen darf und will. Letztendlich habe ich dieses Video-Podcast gemacht, oder ich mache es jetzt gerade, weil es Veränderungen im Leben gegeben hat, die ich kundtun muss, nicht möchte, aber muss, da sie Einfluss auch auf diesen YouTube-Kanal haben. Und keine Sorge, das heißt jetzt nicht, dass der Kanal verschwindet oder es weniger Content gibt, aber er wird sich minimal verändern. Das ist einfach so. Der Grund für die Sache ist, dass in meinem Umfeld jemand leider erkrankt ist, schwer erkrankt ist und das alles nicht nur Zeit, sondern vor allen Dingen Nerven in Anspruch nimmt, was gar nicht so einfach ist. Nicht nur für mich, sondern natürlich auch für das Umfeld, für das gesamte Umfeld. Und wie man merkt, ich druckst mich so ein bisschen zu sagen, um was es genau geht, um welche Person es genau geht. Sie steht mir halt sehr nah und ich möchte Privates gerne einfach privat halten. Dennoch fühle ich mich ein bisschen verpflichtet, das halt mitzuteilen, dass es in meinem Umfeld gerade ernste Sorgen um eine Person gibt und das halt gesundheitsbedingt ist. Und ja, nur dass ihr wisst, dass es da halt grundsätzlich im Ablauf leichte Veränderungen gibt. Das Forum wird, da hat sich übrigens, ich glaube, Skittle50 angemeldet. Danke dafür. Das werde ich wahrscheinlich in meinem Livestream mit euch zusammen einfach fertig machen, einfach um abgelenkt zu sein. Aktuell finde ich alleine einfach nicht die Zeit und die Kraft, dieses zu gestalten und ja, die ganzen Texte und so zu schreiben für das Forum. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist es ja eine Option, dass in einem Livestream mit euch oder mehrere Livestreams werden es wahrscheinlich werden, mit euch zu werden, Texte zu verfassen und vielleicht Rubriken noch einzuarbeiten, wie auch immer. Da gucken wir mal. Ja, das ist aber eine Sache, die müssen wir mal gucken, im Laufe nächster Woche vielleicht. Ansonsten auch übernächster. Ich will mich da wirklich nicht festlegen. Zu den Spielen her. Für alle, die EEP mögen, und ich gehöre definitiv dazu, denen sei gesagt, es wird dieses Wochenende leider kein EEP geben. Grund ist, dass seit zwei Wochen die mir sehr nahestehende Person halt seit diesem Zeitpunkt bekanntermaßen, also Familien bekanntermaßen erkrankt ist. Und ich ehrlich gesagt, ja, weder die Zeit, es war einfach null Zeit da, als auch die Nerven dazu hatte, dieses Spiel zu spielen. Wie gesagt, es ist ein tolles Spiel. Ich bekomme immer Shop-Nachrichten und es reizt einen dann auch immer alles wieder anzuwerfen bzw. zu installieren. Ich habe ja vor sechs Wochen meinen Rechner, ich glaube sechs Wochen, vielleicht fünf neu gemacht. Und ich habe seitdem noch nicht mehr installiert, wollte das dann machen. Und ja, dann kam halt die, ja, wirklich schwere Nachricht. Ja, was ich sagen möchte, bitte spekuliert nicht im Chat, im Chat in den Kommentaren unten. Also wilde Spekulationen werde ich da definitiv löschen und auch garantiert nicht beantworten. Nehmt das bitte einfach so hin. Respektiert, dass ich mein Privatleben weiterhin auch privat halten werde. Wir sind eine super tolle Community und es hat da noch nie Probleme gegeben. Und ich mache mir eigentlich auch keine Sorgen, dass es unter diesem Video schrägstrich Audio, also Podcast, mal nicht wie so Audio Podcast, irgendwelche Probleme gibt. Dennoch kommen ja auch mal neue dazu. Und ja, da würde ich einfach nur deswegen gerne darauf hinweisen. Bitte spekuliert nicht, es ist schon so schwer genug. Und ja, es ist einfach nur eine Info an euch, dass ihr wisst, am Kanal ändert sich ein bisschen was. Ich selber spiele übrigens in der wenigen Freizeit, die ich habe. Momentan sehr viel Formel 1 oder so Actionspiele halt. Ich muss mal gucken, dass ich vielleicht davon noch Let's Plays aufnehme. Ich habe noch ein Motorradspiel fertig aufgenommen, eine ganze Saison. Das habe ich vor vier Wochen ungefähr getan. Mittlerweile ist der Nachfolger raus, aber ich werde das Let's Play wahrscheinlich trotzdem noch veröffentlichen, weil es einfach, ja, weil die erste Saison, die Rookie-Saison sozusagen fertig ist. Und es wäre schade, das nicht zu veröffentlichen, denn es macht echt Spaß. Und ja, vielleicht spiele ich das auch noch weiter und werde auch die Klasse darüber noch spielen. Wir schauen mal. Das ist, glaube ich, mit MotoGP das Spiel. Bus Simulator habe ich angefangen. Ja, also ich spiele momentan so viele Spiele, die mich im Kopf ablenken. Ich glaube, das ist auch ganz gut so. Und ja, ganz viel bezieht sich allerdings wirklich auf eher, ich spiele weniger als vor zwei Wochen. Ja, aber wenn dann eher Spiele, die mich wirklich in den Bann ziehen, wo ich mich, da ist ja jeder Mensch anders, aber wo ich mich reinversetzen kann und ja, wo ich mich entweder konzentrieren kann oder muss, beziehungsweise ja, wo einfach auch Action ist, dass man gut abgelenkt ist. Also das dazu, ja, wenn ihr es Piepen hört, das ist mein Frühstück. Wir haben es gerade ganz früh am Morgen. Die Brötchen sind fertig. Ja, ich würde auch sagen, ich habe eigentlich alles gesagt. Wie gesagt, EEP wird es dies Wochenende nicht geben. Ehrlich gesagt glaube ich, dass es in den nächsten zwei, drei, vier Wochenenden schwierig wird, dass ich das spiele, weil das Spiel ist schön, auf jeden Fall. Aber es ist halt nichts, was einen fordert und ja, was einen quasi in einer anderen Gedankenwelt bringt. Und das macht es dann halt schwierig, denn genau das möchte ich ja gerade bei Spielen gerade haben, dass man wenigstens, wenn man Spiele spielt, wirklich abgelenkt ist. Und bei EEP weiß ich, wenn ich da irgendwas falsch baue, ja, dann reiße ich es ab und baue es neu oder ich versetze irgendwas oder kaschiere das irgendwie. Das ist halt, wie gesagt, von Kopf her nicht sehr fordernd und darum für mich jetzt gerade nicht so optimal. Was ich jetzt noch vorhabe, ist, ja, ist, dass ich so Klassik-Spiele spiele. Das hatte ich auch schon, ja, vorbereitet ist übertrieben in Gedanken und hatte ich schon in Gedanken und ich habe da auch, ja, so teilweise vorbereitet. Ich habe noch keine Testaufnahmen oder sowas gemacht, aber geguckt, ob das alles so läuft mit der ganzen Technik und und und. Ich habe hier noch Super Nintendo und wir können auch Amiga Sachen spielen. Ich habe auch so Amiga oder allgemein viele Emulatoren auf dem Rechner halt von früher noch und kommt man ja mittlerweile gar nicht mehr so ran an den ganzen Sachen. Ja, und dass man dann sowas halt spielt und ich habe ganz viele Spiele auch hier halt, die man spielen kann. Ich habe auch hier so, ähm, so Classic Games von C64, ähm, noch so einen schönen Pappkarton, ähm, der für Windows ist. Der funktioniert auch bei Windows 10, also habe ich, das habe ich sogar schon probiert. Also wie gesagt, da können wir definitiv, ähm, uns freuen, dass da sicherlich auch Classic Games in naher Zukunft kommen. Ehrlich gesagt lenkt mich das auch ab, dass ich da jetzt, äh, rumprobieren werde und gucke und dann wird es natürlich nicht laufen, man muss ein bisschen rumfriemeln, ähm, wie kriegt man das mit der Aufnahme dann hin, ähm, weil das ja auch alles 4 zu 3 ist, ähm, wie kaschiert man das, äh, an der Seite und und und. Es sind viele Fragen, viele Dinge, die ich jetzt ausprobieren werde und mir angucken werde und, ähm, ja, man könnte ja links und rechts schwarze Balken lassen, man könnte da aber auch meinetwegen jeweils das Logo der Konsole einblenden oder so, da muss ich mal gucken, wie ich es mache, ich weiß es wirklich noch nicht und, ähm, ja, also da wird definitiv ein bisschen Classic kommen. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr dafür lieber einen Classic-Kanal haben wollt, also ein Xelron Classic oder ob wir das hier auf diesen Hauptkanalen machen wollen, denn die Classics würde ich schon regelmäßig bringen wollen, ähm, aber immer Spiel für Spiel, also nicht, dass wir hier jetzt drei Classic Games gleichzeitig als Let's Play laufen haben. Wie gesagt, schreibt mir das gerne mal in den Kommentaren, äh, wie ihr das denn so bevorzugt. Jetzt quatsche ich natürlich schon neun Minuten und man kann sicher sein, nach vier Minuten haben mindestens, äh, 40% der Leute schon abgeschaltet, beziehungsweise springen sich durchs Video. Also, wie gesagt, wenn, äh, du zu einem derjenigen gehörst, die Videos komplett schauen, dann würde ich mich freuen, wenn du da mal schreibst, wie du dir das vorstellst, also ein eigener Kanal nochmal oder auf den Hauptkanal. Ich selber würde es eher hier auf den Hauptkanal machen und meine, ähm, Banderole oder wie man das auch mal nennen will, was ich ja oben rechts in den Thumb-Mails habe in der Regel, äh, würde ich dann einfach durch die Konsolennamen ersetzen oder so, dass man weiß, das ist Classic oder ich schreibe da Classic rein. Ich weiß nicht, auch da experimentiere ich dann sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen noch rum. Gut, ich würde sagen, ähm, ich möchte das Video, beziehungsweise das Podcast nicht zu lange machen, ähm, ist übrigens auch eine Überlegung, dass ich Podcast mache, allerdings, äh, ja, so alleine Podcasts sind ein bisschen doof, dann müsste man mal gucken, ob man da äh, Leute findet, die da Lust hätten mitzumachen, einen regelmäßigen Podcast zu machen, ähm, aber das ist auch eine Sache, die ist jetzt aufgrund der Erkrankung im Umfeld halt ein bisschen nach hinten geschoben oder vielleicht auch ein bisschen mehr, man weiß ja nicht, wie das alles, äh, verläuft. Ich hoffe, gut, dann werden wir sicherlich in, in fünf, sechs Wochen wieder, äh, hoffentlich, wie gesagt, das sind, man weiß es nicht, werden wir dann hoffentlich wieder Normalbetrieb haben, dass alles okay ist und alles wieder so läuft, wie es soll, aber vielleicht kommen ja auch, was ich nicht hoffe, schlechte Nachrichten in irgendeiner Form und, ja, dann kann es vielleicht auch mal sein, dass einfach eine Woche gar nichts kommt oder so, ne, auch das sollte jedem bewusst sein, ähm, das Leben geht vor allen und, ähm, definitiv vor einen YouTube-Kanal und gerade wenn man den als Hobby macht und nicht als Beruf, ist die Entscheidung da doch recht einfach und, ähm, ja, aber das heißt nicht, dass ich ganz aufhöre, also wenn ihr mal seht, sehen solltet, dass eine Woche nichts kommt oder vielleicht auch zwei, dann einfach abwarten, das wird dann weitergehen, äh, wobei ich aber auch sagen muss, ich habe so viel voraufgenommen generell schon durch diese ganze Corona-Krise, ich war ja zu Hause und bin es auch immer noch, ähm, aufgrund, äh, Corona, ähm, Homeoffice ist das Stichwort, äh, dadurch hat man viel Zeit, weil man natürlich, äh, die ganze Wegzeit sich spart, die man ja plötzlich, äh, als Freizeit hat, äh, das sind plötzlich, äh, fast zwei Stunden, die man mehr am Tag hat, das ist schon angenehm, ähm, wie gesagt, ich schaffe es momentan nicht, das für Spielen so aufzubringen, beziehungsweise fürs Aufnehmen aufzubringen, ähm, wenn ich dann schaffe zu spielen, wie gesagt, war es fast immer Formel 1. Gut, ich würde sagen, ihr wisst das Wichtigste, ähm, sagt mir gerne mal, wie ihr das mit diesen Classics haben wollt, was ich gesagt habe, eigene Kanal oder hier drin, auf den Hauptkanal, ich würde letzteres fast begrüßen, weil mit den eigenen Kanalen ist immer so eine Sache und das läuft ja nebenbei, ähm, aber ich stieß mich da dann, ähm, der Mehrheit an, insofern genügend Kommentar reinkommen, Entschuldigung, und, ähm, ja, ich würde sagen, dass ich alles gesagt habe, was ich sagen wollte, ich wünsche euch, äh, einen wunderschönen Tag und, ähm, ja, ihr wisst jetzt Bescheid und, ja, ich, äh, ja, ich denke, dass, das hat auch mir gut getan, das zu sagen, ähm, ja, weil man ja doch immer ein bisschen schlechtes Gewissen hat, man hat ja keine Verpflichtung gegenüber YouTube oder, ja, auch den ganzen Zuschauern gerade, weil es ein Hobbykanal ist, aber irgendwie fühlt man sich dann doch verpflichtet und, ja, mir war das halt, äh, eine Herzensangelegenheit, das jetzt, äh, zu sagen, ähm, gut, bevor ich mich jetzt verquassel oder den Absprung, äh, mal wieder nicht hinbekomme, sage ich, ciao, genießt, äh, das schöne Wochenende, es soll ja gewogen, euer Zellron, macht's gut, ciao.